Ich lerne Deutsch. Nummer 14.375 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Er ist so ein Charmeur. Es macht einfach Spaß, sich mit ihm zu unterhalten und zu plaudern. Nach dem Verlust seines Jobs wurde er zunehmend depressiv. Nach dem Verlust seines Jobs wurde er zunehmend depressiv. Betont, dass der Jobverlust zu einer tiefen Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit führte. Mein Lieblingsmoment im Freizeitpark ist die rasante Fahrt im Karussell. Mein Lieblingsmoment im Freizeitpark ist die rasante Fahrt im Karussell. Mein Lieblingsmoment im Freizeitpark ist die rasante Fahrt im Karussell. Das Hotelzimmer ist sehr komfortabel eingerichtet, mit einem großen Bett und einem modernen Badezimmer. Das Hotelzimmer ist sehr komfortabel eingerichtet, mit einem großen Bett und einem modernen Badezimmer. Betont, dass das Zimmer bequem und gut ausgestattet ist, sodass es den Gästen ein angenehmes Erlebnis bietet. Das Fotomodell ist nicht nur ein Gesicht, sondern auch eine inspirierende Persönlichkeit in der Modewelt. Ich kann mit schwierigen Situationen umgehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.